Willkommen zurück. Heute wollen wir uns Ethereum angucken, eine weitere Kryptowährung, die sehr, sehr berühmt ist. Also ich mache das tatsächlich in der Reihenfolge, wie berühmt sie eigentlich sind, häufig zumindest. Und Ethereum gilt oftmals als Blockchain 2.0. Ethereum ist wahnsinnig bekannt und berühmt, weil sie eben Smart Contracts und Distributed Apps erfunden haben, sozusagen. Das heißt, der große Vorteil bei Ethereum im Vergleich zu Bitcoin ist, wir benutzen mittlerweile eine Turing-vollständige Sprache, um tatsächlich auf unserer Blockchain Code zu haben. Das heißt, hier wird Solidity benutzt, das ist tatsächlich die Sprache, ist relativ ähnlich zu JavaScript, könnt ihr gerne mal angucken. Braucht ihr aber nicht wissen, wenn ihr nur traden wollt, das ist ein völlig anderes Thema, wenn man Distributed Apps schreiben möchte. Und das bedeutet für uns, alles kann auf die Blockchain. Das heißt, wir haben da Spiele drauf, wir haben Verträge drauf, wir haben aber alles Mögliche drauf. Also auch tatsächlich große Firmenbestandteile können auf die Blockchain. Und da finden wir dann natürlich auch solche Sachen wie Integration in bereits bestehende Systeme. Das heißt, sowas wie Kryptowährung oder Tokens für zum Beispiel In-Game-Währung oder so Zeug, alles möglich, alles überhaupt kein Problem. Ähm, da müsst ihr einfach nur mal ein bisschen danach googeln und da findet ihr die verrücktesten Sachen. Das Problem ist natürlich, dass da immer auch Schwierigkeiten dabei sind, ähm, zu denen ich aber gleich kommen möchte. Außerdem ist aktuell ein Wechsel zu Proof-of-Stake geplant, noch nicht durchgeführt, was mich zum ersten Nachteil führt. Es ist aktuell noch eine Mining, also Mining involviert bei Ethereum. Das heißt, aktuell ist noch Proof-of-Work aktiv, möchte man sagen. Und Proof-of-Stake passiert irgendwann mal später. Und das heißt, Proof-of-Stake ist im Endeffekt die umweltfreundliche Variante zu Proof-of-Work. Man hat eigentlich einen bereits gemeinten Anteil an Coins. Und diese Coins kann man sozusagen anbieten. Und je mehr Coins man anbietet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst einen neuen Block erstellen darf. Da ist überhaupt kein Rechnen mit irgendwelchen Grafikkarten damit verbunden. Da ist einfach nur euer Geldbeutel damit verbunden. Und ihr müsst ein bisschen Guthaben besitzen, um eben einen neuen Block erstellen zu dürfen. Das heißt, hier eine sehr, sehr umweltschonende Variante, zu der irgendwann mal gewechselt werden soll. Aktuell wird noch gemeint. Warum? Naja, ganz einfach. Wenn man nur Proof-of-Stake macht, dann muss man am Anfang das Problem lösen, dass die Coins gleichmäßig verteilt werden. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, da hat sich Ethereum eigentlich ganz gut drum herum gewunden. Hat gesagt, okay, wir fangen mit Mining an. Irgendwann später wechseln wir. Also eigentlich die perfekte Variante, um zu Proof-of-Stake zu gelangen. Natürlich aktuell immer noch eine ziemliche Belastung für die Umwelt. Und eigentlich könnte man auch schon lange gewechselt haben zu Proof-of-Stake, weil die Coins sind mittlerweile echt gut verteilt. Das heißt ja nicht, dass bei Proof-of-Stake keine neuen Coins mehr abgeworfen werden, sozusagen. Sondern nur am Anfang muss halt ein gewisser Anteil der Coins gleichmäßig verteilt werden, um das Double-Spend-Problem zu lösen. Aber das möchte ich, wie gesagt, hier nicht weiter vertiefen. Das ist relativ technisch. Okay, kommen wir zu den Transaktionen. Wir sind immer noch nur bei ca. 25 Transaktionen pro Sekunde, soll das heißen. So, da sind wir. Nur 25 Transaktionen pro Sekunde ist viel zu wenig eigentlich immer noch. Also es ist besser als bei Bitcoin, logischerweise. Es ist um genau Faktor, naja, ungefähr Faktor 5 besser. Kann man ja nicht so genau sagen, weil ja manchmal sind Transaktionen größer, manchmal kleiner. Aber 25 Transaktionen pro Sekunde ist noch lang nicht so viel, wie Visa zum Beispiel schafft. Da sind wir bei 25.000 pro Sekunde. Und das ist halt heftig. Also da muss man noch irgendwie hinkommen. Aber trotzdem Ethereum hier eben als führende Kryptowährung, weil sie Smart Contracts neu erfunden haben. Das Problem ist, generell diese Sache mit dem Programmieren von Distributed Apps ist nicht einfach. Man hat Probleme eben zum Beispiel das Ganze zu lernen, weil man hat auch Probleme, diese Smart Contracts auszuführen, also quasi zu deployen. Das heißt, die landen dann auf der Blockchain, aber ich kann natürlich nicht einfach sagen, hey, ich verändere den Teil auf der Blockchain, der meinen Smart Contract beinhaltet, um nachher anderen Code zu haben. Das heißt, wenn ich einen Bug in diesem Smart Contract habe, dann kann ich den nicht fixen. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wenn ihr Smart Contracts oder auch Distributed Apps programmiert, dann sind die, anders als jetzt normale Programme, nicht patchbar. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr schwer. Außerdem verändert sich die Sprache immer mal wieder. Das heißt, man muss Abwärtskompatibilität gewährleisten oder man muss eben mehrfach sagen, hey, ich habe sozusagen alle Versionen von meinem Compiler gleichzeitig installiert. Und da hat man natürlich dann trotzdem das Problem, wenn irgendwelche Sicherheitslücken in dem Compiler drin waren, in Version 0.4 zum Beispiel. Wir sind jetzt bei Version 1.4. Ja gut, ich brauche trotzdem noch den Compiler 0.4, weil ich muss ja meine Blockchain überprüfen können. Und dazu muss ich das ja dann auch verwenden. Das heißt, das Problem ist hier tatsächlich, die Entwicklung ist sehr, sehr schwer und man kann nicht einfach natürlich diese Smart Apps quasi beenden, dass sie nicht mehr ausgeführt werden. Das ist halt das andere Problem. Das heißt, man muss hier wirklich so zweigleisig fahren oder mehrgleisig fahren und das führt oftmals zu großen Problemen. Es gibt auch sehr, sehr viele Lücken in Smart Contracts, also quasi Sicherheitslücken, die dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass Millionen verloren gegangen sind. Und ein Hack war ganz, also man kann es schon Hack nennen, war ganz besonders schlimm, als wirklich ein Riesenfehler in der Ethereum Library aufgetaucht ist, der dann mehrere Millionen Ethereum, nicht Ethereum, mehrere Millionen Euro zu dem Zeitpunkt geklaut hat. Und der war so schlimm, dass Ethereum sich entschieden hat, okay, wir machen sozusagen alle Blöcke, die danach ausgeführt wurden, ungeschehen. Das heißt, sie haben ihre Blockchain zurückgesetzt, weil es einfach anders komplett kaputt gegangen wäre. Das ganze Netzwerk wäre zusammengebrochen. Das heißt, es wurde zurückgesetzt und ab diesem Block wurde quasi neu gemeint. Das heißt, man hat diese eine Zukunft oder Vergangenheit oder wie auch immer, diesen einen Strang hat man einfach komplett ignoriert und hat sich weiterhin auf diesem anderen Strang dann sozusagen neue Blöcke gemeint. Also als wäre einfach ein Teil von dem Ethereum-Netzwerk nie geschehen gewesen. Das ist schon recht heftig gewesen. Das heißt, ihr seht, da kann es echt durchaus mal vorkommen, dass einige schlimme und gravierende Fehler existieren, die man dann irgendwie fixen muss. Und dann muss man teilweise sehr kreativ werden, wenn man Sachen reparieren möchte. Ja, aber nichtsdestotrotz Ethereum, die erste Blockchain-Technologie, man muss schon Technologie dazu sagen, nicht einfach nur Kryptowährung, die dann auch wirklich Programmierung involviert hat. Das heißt, man kann hier einfach deutlich mehr machen als nur Geld überweisen. Man kann im Endeffekt alles machen. Man kann, wenn man möchte, sogar ein grafisches Spiel auf die Blockchain schieben. Und ja, das gibt es und ja, es funktioniert gut. Das heißt, das ist schon Blockchain 2.0 und deswegen ist Ethereum natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Coin, die sehr, sehr viele andere Coins auch stark beeinflusst hat, wie wir noch sehen werden. Okay, das soll es erstmal gewesen sein für Ethereum. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.